Der Narr liest Der schreckliche alte Mann Von H.P. Lovecraft Angelo Ritchie, Joe Canek und Manuel Silva hatten beschlossen, dem schrecklichen alten Mann einen Besuch abzustatten. Dieser Alte lebt ganz allein in einem sehr alten Haus in der Water Street, dicht am Meer, und den Gerüchten nach soll er ebenso übermäßig reich sein wie übermäßig gebrechlich. Diese Situation wirkt sehr anziehend auf Männer mit einer Profession wie die der Herren Ritchie, Canek und Silva, denn sie übten den ehrenwerten Beruf von Räubern aus. Die Einwohner von Kingsport sagen und denken so mancherlei über den schrecklichen alten Mann, was ihn eigentlich vor den Begehrlichkeiten solcher Gentleman wie Mr. Ritchie und seiner Kollegen bewahrte, Und das trotz der als sicher geltenden Tatsache, dass er irgendwo in seiner modrig-ehrwürdigen Unterkunft ein unschätzbares Vermögen von gewaltiger Höhe verbarg. Er ist tatsächlich ein sehr merkwürdiger Mensch. Man glaubt, er ist zu seiner Zeit Kapitän auf Klippern gewesen, die nach Indien fuhren, doch inzwischen ist er so alt, dass niemand sich an seine Jugend erinnern kann, und derart verschwiegen, dass nur wenige seinen wahren Namen wissen. Zwischen den knorrigen Bäumen im Vorgarten seines alten, vernachlässigten Anwesens bewahrt er eine sonderbare Sammlung großer Steine auf, seltsam angeordnet und bemalt, so daß sie den Götzenbildern in obskuren asiatischen Tempeln gleichen. Diese Sammlung verscheucht die meisten der kleinen Jungen, die den schrecklichen alten Mann gern wegen seines langen, weißen Bartes und der Haare verspotten, oder die kleinen Fensterscheiben seiner Unterkunft mit hinterhältigen Wurfgeschossen einschlagen. Es sind jedoch andere Dinge, die die älteren und neugierigeren Menschen ängstigen, die sich zuweilen zum Haus hinaufschleichen, um durch die staubigen Scheiben zu spähen. Diese Leute behaupten, auf einem Tisch, in einem leeren Zimmer im Erdgeschoss würden viele eigenartige Flaschen stehen, und in jeder davon hinge ein Stückchen Blei wie ein Pendel von einem Faden herab, und sie behaupten, daß der schreckliche alte Mann zu diesen Flaschen spricht und ihnen Namen gibt, wie Jack, Narbengesicht, Langer Tom, Spanier Joe, Peters und Matt Ellis, und immer wenn er so mit einer Flasche spreche, würde das kleine Bleipendel im Inneren gewisse Schwingungen vollführen, als würde es antworten. Jeder, der den großen, mageren, schrecklichen alten Mann einmal bei einer solchen eigentümlichen Konversation beobachtet hat, wird ihm nie wieder nachspionieren. Doch Angelo Ritchie, Joe Czarnik und Manuel Silva stammten nicht aus Kingsport, sie gehörten zu jenen andersartigen Fremden, die außerhalb des rechtsschaffenen, magischen Lebenskreises und der Traditionen von Neuengland leben. Sie sahen im schrecklichen alten Mann bloß einen Tattrigen, so gut wie hilflos Graubart, der ohne Hilfe seines knotigen Spazierstocks kaum gehen konnte und dessen dünne, schwache Hände jämmerlich zitterten. Sie hatten auf ihre Art sogar ziemliches Mitleid mit dem einsamen, unbeliebten Kerl, der von allen gemieden wurde und den sogar die Hunde verbälten. Aber Geschäft ist Geschäft. Und für einen Räuber, der mit Herz und Seele seinen Beruf ausübt, liegt eine Lockung und Herausforderung in einem sehr alten und sehr schwachen Mann, der über kein Bankkonto verfügt und beim Krämer im Dorf für seine wenigen Bedürfnisse mit spanischem Gold und Silber zahlt, das vor zweihundert Jahren geprägt worden ist. Die Herren Ritchie, Czarnik und Silber wählten für ihren Besuch die Nacht des 11. April. Mr. Ritchie und Mr. Silber sollten den hilflosen alten Gentleman ausfragen, während Mr. Czarnik in einem Auto in der Ship Street vor dem Tor in der hohen hinteren Mauer des Anwesens ihres Gastgebers auf sie und ihrer aller Vorsicht nach metallischen Last wartete. Der Wunsch, sinnlose Erklärungen zu umgehen, sollte es zu unerwarteten polizeilichen Störungen kommen, erforderte einen stillen und unauffälligen Aufbruch. Wie abgesprochen, machten die drei Abenteurer sich getrennt auf den Weg, um jeglichen späteren gemeinen Verdacht von vornherein zu zerstreuen. Die Herren Ritchie und Silber trafen sich in der Water Street vor dem Hauseingang des Alten, und obwohl ihnen die Art und Weise nicht behagte, wie das Mondlicht durch die knospenden Zweige der knorrigen Bäume auf die bemalten Steine fiel, hatten sie sich doch um Wichtigeres zu kümmern als um dummen Aberglauben. Sie befürchteten, es könnte unangenehm werden, den schrecklichen alten Mann bezüglich seines gehorteten Goldes und Silbers zum Reden zu bewegen, sind betagte Hochseekapitäne doch bemerkenswert stur und verdreht. Doch er war sehr alt und sehr gebrechlich, und sie besuchten ihn zu zweit. Die Herren Ritchie und Silber hatten Erfahrung, in der Kunst unwilligen Personen die Zunge zu lockern, und die Schreie eines schwachen und außergewöhnlich alten Mannes können leicht gedämpft werden. Und so stichen sie sich an das einzige erleuchtete Fenster und hörten, wie der schreckliche alte Mann kindisch zu seinen Flaschen mit den Pendeln sprach. Dann zogen sie Masken über und klopften höflich an die wetterzerfressene Eichenholztür. Das Warten wurde Mr. Czarnik sehr lang, wie er in dem Auto vor dem Hintertor des schrecklichen alten Mannes, in der Ship Street so auf dem Sitz hin und her rutschte. Er war besonders zart fühlend, und ihm behagten die scheußlichen Schreie nicht, die er aus dem alten Haus kurz nach der für die Tat verabredeten Stunde hörte. Hatte er denn seine Kameraden nicht ermahnt, mit dem mitleiderregenden alten Mann so sanft wie nur möglich umzugehen? Ziemlich nervös beobachtete er das schmale Eichenholztor in der hohen, rebenumrangten Steinmauer. Regelmäßig schaute er auf seine Uhr und wunderte sich über die Verzögerung. War der alte Mann gestorben, ehe er das Versteck seiner Schätze enthüllt hatte, und war deshalb eine gründliche Suche notwendig geworden? Mr. Czarnik gefiel es gar nicht, an einem solchen Ort so lange in der Dunkelheit warten zu müssen. Dann vernahm er leise Schritte, oder ein Tapsen auf dem Weg hinter der Mauer, hörte, wie sich jemand sanft am rostigen Schloss zu schaffen machte, und sah, wie die schmale, schwere Tür nach innen aufschwang. Und im fahlen Scheine der einzigen trüben Straßenlaterne strengte er die Augen an, um zu erkennen, was seine Kameraden aus dem finsteren Haus, das so dicht hinter ihnen emporragte, heraus trugen. Doch als er hinschaute, sah er keineswegs das Erwartete. Seine Kameraden waren gar nicht zu sehen, dafür jedoch der schreckliche alte Mann, der sich stumm auf seinen knotigen Spazierstock stützte und ein grausiges Lächeln zeigte. Mr. Czarnik war nie zuvor die Augenfarbe dieses Mannes aufgefallen. Nun sah er, dass sie gelb waren. In kleinen Städten sorgen Kleinigkeiten schnell für beträchtliches Aufsehen, und das ist der Grund, weshalb die Menschen von Kingsport während des ganzen Frühjahrs und den ganzen Sommer hindurch über die drei unidentifizierbaren Leichensprachen, die von den Gezeitenströmen an die Küste gespült wurden, schrecklich zerschnitten wie von vielen Entermessern und grausig zertrampelt wie von unzähligen grausamen Bootsstiefeln. Einige Leute sprachen auch von so trivialen Dingen wie dem verlassenen Auto, das man in der Ship Street fand, oder einigen besonders unmenschlichen Schreien, die wahrscheinlich von einem streunenden Tier oder einem Zugvogel stammten und einige noch wache Bürger in der Nacht vernommen hatten. Doch dieser müßige Dorfklatsch interessierte den schrecklichen alten Mann überhaupt nicht. Er war von Natur aus zurückhaltend. Und wenn man alt und schwach ist, steigert diese Zurückhaltung sich noch. Außerdem muß ein so alter Meereskapitän in den entlegenen Tagen seiner fast vergessenen Jugend zahllose Dinge von weitaus aufregenderer Natur erlebt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und mit dem ök foil gab es eine herabe bis zum Anfang des ZDF für funk,Serien Marschton ch Christina